Erfreulicheres aus der Welt des Sports. Ich begebe mich jetzt auch mal ins Trainingslager. Das soll ja wichtig sein, um zu sportlichen Höchstleistungen zu kommen. Die Klubberer, die wissen das genau. Und sie haben es auch nötig, damit die neue Saison nicht so eine Zitterpartie wird wie die vergangene. Gottfried Oliver hat für uns mal im Allgäu vorbeigeschaut, wo die Jungs vom 1. FC Nürnberg seit knapp einer Woche hart herangenommen werden. Nicht zuletzt Stefan Kießling. 21-jähriger Nachwuchsstar, auf den gerade eingefleischte Franken sehr hoffen.